Wenn Tiwong Gejimbalanga ihre Hochzeitsbilder anschaut, ist das mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden. Als die Transsexuelle vor einigen Jahren in Malawi ihren Mann heiratet, wird das Paar noch auf der Hochzeitsfeier festgenommen. Homosexuelle Handlungen sind in Malawi strafbar. Damals werden beide zu 14 Jahren Haft verurteilt. Solange der Prozess andauerte, wurde ich geschlagen und misshandelt. Sehen Sie hier, ich habe Narben, die das beweisen. Das war das Schlimmste. Nach heftiger Kritik aus aller Welt lässt die Regierung die Verurteilten nach einem Monat frei. Wenig später trennt sich das Paar. Der Druck ist einfach zu groß. Doch Tiwong Gejimbalanga denkt gar nicht daran, sich zu ändern. Ich war schon immer so. Ich wollte noch nie eine Frau heiraten. Die Männer waren es doch, die mich heiraten wollten. Mithilfe einer Wohltätigkeitsorganisation kommt Timbalanga nach Südafrika. Heute lebt sie in einer kleinen Wohnung und lernt Englisch. Die Gesetze in Südafrika schützen die Rechte von Transsexuellen. Dennoch gibt es auch hier Vorbehalte und Gewalttaten. Tiwong Gejimbalanga lässt sich davon nicht beirren. Sie hofft, bald wieder einen neuen Mann zu finden.